Ihr wolltet schon immer ein Aquarium haben als PC-Gehäuse mit Schnellentleerungsfunktion? Das hier ist das Gamdias Neso P1 mit den dazugehörigen AOLOS M3-Lüftern und das schauen wir uns heute mal an. Das kommt also dabei heraus, wenn Hyde und Lian Li ein Kind zeugen. Nein, natürlich nicht, das ist jetzt von Gamdias das Case. Wenn man sich hier oben das Design aber so anguckt, das ist schon abgekupfert, weiß ich nicht, aber ähnelt sehr dem Hyde Y40 oder Y60, die haben auch dieses Designmerkmal. Genauso ist es auch auf der Rückseite, das zeige ich euch gleich aber. Wenn wir uns die Anschlüsse hier an der Front anschauen, haben wir einmal den Ein- und Ausschalter, zweimal USB 3.0, USB Typ C haben wir auch mit am Start und eine Kombibuchse. Ich finde getrennte Buchsen immer besser, weil nicht jedes Headset hat so einen Kombistecker mit dabei, dann braucht er wieder einen Adapter, ist ein bisschen blöd, aber es reicht normalerweise aus. Die meisten Sachen werden sowieso über USB angeschlossen. Was hier aber ganz geil ist, ihr habt hier oben einen Knopf, dann poppt die Scheibe so raus, dann kommt ihr direkt an eure Hardware dran. Und ja, ihr könnt auch die Front hier vorne ein bisschen rausziehen und das dann so aufklappen. Das ist diese besagte Schnellentleerungsfunktion, wenn man so möchte. Und ihr seht schon, ihr habt verdammt viel Platz in dem Case. Das Case ist nämlich einfach mal einen knappen halben Meter hoch, einen halben Meter tief und 310 Millimeter breit. Da kriegt ihr so ziemlich alles rein. Aktuellste Grafikkarten, die könnt ihr auch hochkant einbauen. Schauen wir uns gleich nochmal an, wie das Ganze funktioniert. Dann braucht ihr natürlich ein Riserkabel, das müsst ihr extra kaufen. Und auch CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 193 Millimeter. Natürlich würde eine Wasserkühlung hier am besten aussehen, bauen wir auch gleich so ein. Aber Luftkühler mit den entsprechenden Größen geht halt auch. In den Deckel hier oben passen übrigens 240 Millimeter oder 320 Millimeter Lüfter beziehungsweise ein 360er Radiator. Hier im Heck könnt ihr auch einen 120 Millimeter Lüfter oder 140er reinbauen. Das seht ihr hier unten an diesen Lochabständen. Den Zubehörkarton nehmen wir jetzt einfach mal raus, weil ich euch hier noch zeigen möchte, dass ihr da auch eine 360er AIO oder sogar eine 420 Millimeter AIO reinbauen könnt. Und da dieser Abstand hier hinten so groß ist, könnt ihr da auch ruhig eine mit dicken Radiator nehmen, ohne dass das irgendwie mit der Grafikkarte kollidiert. Und hier unten habt ihr auch drei Plätze für Lüfter. Ist also quasi wie beim Lian Li. Ihr habt drei an der Seite, drei oben und drei unten. Hier an der Seite haben wir auch diese gummierten Kabeldurchführungen. Da bin ich ja ein Fan von. Warum sie es jetzt da oben weggelassen haben, weiß ich nicht. Hier unten fehlen sie auch. Gerade wenn man hier unten jetzt Lüfter einbaut. Man schaut da vielleicht mal öfter hin, weil sie dann so schön leuchten oder so. Und dann hat man hier unten halt diese Löcher. Wem es gefällt? Okay, ich hätte da lieber auch solche Durchführungen gehabt. Warum sie es weggelassen haben, weiß ich wie gesagt nicht. Immerhin habt ihr hier schon die Abstandshalter für Full-ATX vorgeschraubt. Ihr könnt auch Micro-ATX einbauen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Sieht in so einem großen Case natürlich nicht so geil aus. Übrigens könnte man ja meinen, da man hier diese Strebe hat, dass wenn man das aufmacht, die Stabilität irgendwie verloren geht. Nee, dem ist nicht so. Ja, die Kamera wackelt jetzt wahrscheinlich, weil der ganze Tisch wackelt. Aber das Ding ist sau stabil. Ist auch alles hier oben Blech. Das ist kein Kunststoff. Ich habe den Deckel jetzt auch mal abgenommen. Ihr seht, da ist auch so ein Staubfilter drin und so weiter. Obendrauf ist er aus Blech. Das Inlay hier ist aus Kunststoff. Diese Nupsis hier leider auch zum Befestigen oben für den Deckel. Das kann man einfach abziehen, wenn die nicht mal irgendwann mit der Zeit kaputt gehen. Ich weiß, man schraubt nicht so viel rum. Aber wenn man das Teil einmal schief irgendwie rausholt, dann kann es sein, dass die brechen. Was aber echt nice ist, ist hier oben diese Einbuchtung für die Wasserkühlung. Ihr könnt den ganzen Rahmen hier demontieren. Hier habt ihr diese Schrauben. Dann montiert ihr die Wasserkühlung mit dem Rahmen und setzt das einfach hier rein. Und wenn wir jetzt einfach mal die Höhe messen, dann haben wir hier 35 Millimeter. Das heißt, ihr könntet theoretisch hier oben sogar eine Arctic einbauen, wenn ihr dann die Lüfter ganz normal von hier unten verschraubt. Ich struggle echt so ein bisschen das Teil komplett auf die Kamera zu kriegen, weil es einfach so riesig ist. Aber ich zeige euch jetzt mal die Rückseite. Hier unten haben wir den Einbauschacht für das Netzteil. Wir haben geschraubte Slotblenden. Das erwarte ich auch bei einem Preispunkt von 170 Euro. Ich habe das auch noch gar nicht erwähnt. Also 170 Euro kostet das Case aktuell bei Geizhals. Und hier oben habt ihr zwei Einschubblenden für HDDs und SSDs. Ihr könnt das Ganze hier einfach abschrauben und dann rausnehmen. Und dann habt ihr das Teil schon in der Hand. Und dann könnt ihr dann eine HDD oder eben eine SSD beziehungsweise zwei SSDs einbauen. Denn man sieht, hier unten sind die ganz normalen Anschraubpunkte für eine SSD. Ihr könnt aber auch hier oben am Rahmen diese beiden Schraubenpunkte noch benutzen und noch eine zweite SSD da reinbauen. Die ganz normalen 2,5 Zoll SSDs. Und das Ganze habt ihr, wie eben schon gesagt, zweimal. Könnt ihr dann auch ganz normal wieder festschrauben und dann passt die ganze Sache. Hatte ich schon erwähnt, dass mich das Design an etwas erinnert? Naja, macht euch selber ein Bild. Ihr seht hier diese Ecken. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was soll das? Ihr könnt unten die Füße abschrauben. Diese Platten dann unten bei den Füßen hin machen und hier die Füße reinschrauben. Das heißt, das Case kann auch liegend betrieben werden. Ich werde auch gleich mal schauen, dass ich es umbaue. Weil ich finde es im Liegen irgendwie cooler. Da braucht man natürlich eine Menge Platz auf dem Schreibtisch. Also sowas stellt man auf den Schreibtisch. Ich würde es jetzt nicht liegend irgendwie auf den Boden stellen. Aber das sieht echt geil aus. Hier oben haben wir dann einfach nur eine Schraube. Die schrauben wir ab. Und dann könnt ihr die ganze Nummer direkt abnehmen. Das ist auch einfach nur gesteckt. Hier innen liegend haben wir auch noch so einen Staubfilter. Der wird magnetisch gehalten. Das ist schon mal eine nice Sache. Und dann haben wir ja auch schon die Rückseite. Meine Fresse ist da viel Platz drin. Ich glaube, ich habe noch nie einen Case gesehen, wo wirklich so viel Platz drin war. Weil es ist halt einfach unglaublich hoch und auch tief das Case. Wie gesagt, einen knappen halben Meter jeweils. Und das ist schon ganz ordentlich. Das Kabelmanagement könnt ihr mit diesen Klettdingern hier machen. Da bin ich auch ein Fan von. Keine blöden Kabelbinder. Die könnt ihr immer wieder auf und zu machen, wie ihr lustig seid. Hier ist so eine Platte drin. Da könnt ihr so eine RGB-Steuerung reinbauen. Also sagen wir jetzt mal, ihr habt jetzt Lüfter, die eine Steuerung mitbringen. Machen wir auch gleich. Dann könnt ihr die hier festschrauben. Oder kleben. Oder was auch immer. Kommen ja mit verschiedenen Montagemöglichkeiten. Über Netzteilgrößen brauchen wir uns nicht unterhalten. Hier passt so ziemlich jedes gängige Netzteil rein. Und was ich auch noch sagen wollte. Wenn ihr diese Blenden hier drin lasst, wo eigentlich die Lüfter reinkommen, könnt ihr da auch noch drei SSDs verbauen, wenn ihr das möchtet. Die haben hier nämlich diese Anschraubpunkte. Schauen wir uns noch mal kurz das Zubehör an. Hier sind diese weißen Abdeckplatten drin. Das ist halt dafür da, wenn ihr die Füße abmontiert, dass ihr da auch weiße Abdeckplatten habt. Die Standardschrauben mit ein paar Kabelbinden sind auch dabei. Okay, das hier hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das wusste ich nicht, dass das dabei ist. Das ist eine Grafikkartenhalterung. Das ist auch nice to have. Hier sind Ersatzgummipads für die Füße. Und hier irgendwie nochmal. Ja, ich habe tatsächlich zwei davon. Ich weiß nicht warum, aber die hier scheinen auch irgendwie kleiner zu sein. Ich muss mal schauen, woran das liegt. Da bin ich noch nicht ganz firm. So, das Case ist jetzt soweit nackig. Die Glasscheiben konnte man einfach rausnehmen, weil das ganz normale Scharniere sind. Einfach nach oben hinweg ziehen. Das funktioniert dann ganz gut. Jetzt baue ich erstmal die Füße um, weil ich will das wirklich alles im Liegen machen. Ich habe die Grundplatte jetzt mal rausgeklippt. Also unter dem Case. Die ist komplett aus Kunststoff. Da ist überhaupt kein Blech. Und ebenfalls habt ihr hier Kunststoffnuppel. Und der Filter, der hier drin ist, den könnt ihr halt auch nicht magnetisch rausnehmen. Der ist fest. Das heißt, ihr müsst die Platte dann demontieren. Und dann einfach eben mit dem Staubsauger drüber gehen. Also die kleinen Gumminuppel, die wir eben gesehen haben, sind tatsächlich einfach nur Ersatznuppel für die Füße. Man sieht auch schon, die sind jetzt ein bisschen beschmutzt, weil das Ding hier stand. Aber dann habt ihr auf jeden Fall Ersatz. Hier waren die sozusagen drin. Die werden einfach nur da rein gepröpfelt. Dahinter haben wir eine Schraube. Die schrauben wir jetzt alle mal los. Und jetzt weiß ich auch, warum die sozusagen in doppelter Ausführung waren. Ihr habt jetzt diese Teile hier. Die könnt ihr jetzt einfach da drauf klippen. Und das war's. Dann habt ihr das wunderbar abgedeckt. Und im Endeffekt habe ich die jetzt einfach umgeschraubt hier auf die Seitenplatte. Die legen wir dann gleich wieder dahinter, wenn wir das Kabelmanagement so gemacht haben. Und dann liegt das System halt auch. Ich wollte jetzt gerade diesen unteren Deckel hier wieder drauf machen. Aber der ist ja weiß. Wenn da jetzt diese schwarzen Gummifropfen drauf wären, wird das blöd aussehen. Deswegen haben sie hier magnetische Halter reingepackt. Legt man drauf. Wunderbar. Dann ist alles in weiß. Die Lüfter hier hat Gamdias mir mitgeschickt. Die gehören nicht dazu beim Case. Die könnt ihr euch dann optional noch dazu kaufen. Ihr könnt natürlich auch andere nehmen. Lian Li oder Arctic oder Corsair oder was auch immer. Die könnt ihr ganz normal ansteuern mit eurer Mainboard Software oder eben mit dem hauseigenen Steuerungstool. Die haben mir hier nämlich noch so ein großes Set mitgeschickt. Ich zeige euch das gerade mal. Das ist nämlich so ein 4er Pack. Das kommt dann schon mit einer Steuerung und einer Fernbedienung, falls ihr mit dem Mainboard das nicht ansteuern könnt. Ihr könnt auch einfach das Mainboard an diesen Verteiler anschließen. Dann könnt ihr alles über die Software regeln. Überhaupt kein Thema. Das wäre dann so ein Lüfter in matt schwarz gehalten. Hier außen habt ihr so ein RGB Ring. Die Verschraubungen hier sind gummiert. Das heißt, die Schwingungen werden einigermaßen abgehalten. Und wie ihr sehen könnt, haben wir ganz normalen PWM Anschluss, um die Lüfter anzusteuern. Von der Geschwindigkeit her und den 5 Volt ARGB Anschluss. Der lässt sich auch erweitern. Das heißt, ihr könnt mehrere Lüfter hintereinander stecken und nur einen Platz auf dem Mainboard dann belegen. Und das hier finde ich auch ganz witzig. Die haben so einen kleinen LED-Switch. Das heißt, die Lüfter haben eine eingebaute RGB-Steuerung, die ihr mit diesem Schalter umswitchen könnt. Oder eben über das Mainboard steuern. Den lassen wir dann einfach weg. Und hier haben wir aus dem großen Set jetzt diesen RGB-Verteiler. Der hat halt wie gesagt einmal 5 Volt ARGB Anschluss. Dann haben wir hier noch den SATA-Anschluss natürlich für Strom. Und dann haben wir hier noch einen PWM-Anschluss. Das bedeutet, ihr müsst die Fernbedienung, die dabei ist, auf jeden Fall nicht benutzen. Könnt ihr aber natürlich machen, sofern ihr ein Mainboard habt, was noch keine RGB-Steuerung unterstützt. Und dann haben wir noch so ein magnetisches Klebepad mit dabei. Das können wir dann für den Extraplatz benutzen im Gehäuse, damit der Verteiler eben darauf liegt. Ich würde dann jetzt auch die Lüfter hier unten drin montieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie soll das gehen, wenn die Schraubenpunkte hier sind. Bei dem Gehäuse sind so Langschrauben dabei. Und zwar sind das diese hier. Die könnt ihr dann natürlich einfach durch die Lüfter durchstecken und dann von hinten ganz normal verschrauben. So, die wären soweit montiert. Hier ist auch ein schöner großer Kabelschacht. Überhaupt kein Thema gewesen. Natürlich ist es ein bisschen fummeliger, als die normalen kleinen Madenschrauben zu nehmen, weil man da die Löcher besser treffen muss. Aber soweit hat das ganz gut funktioniert. Dann können wir hier jetzt auch wieder ganz einfach den Deckel montieren. Einfach draufsetzen und festklippen. Sieht doch recht clean aus. Ist doch super. Jetzt bekommt ihr mal ungefähr eine Ahnung, wie das später aussehen wird. Ich finde das schon ziemlich krass. Habe ich so noch nie gesehen, so liegend. Als nächstes baue ich dann diese drei Blenden aus. Dann werde ich da auch ganz normal Lüfter reinschrauben. So, mit der seitlichen Montage wären wir jetzt auch durch. Was mir ganz gut gefallen hätte wäre, wenn man hier hinten noch so eine kleine Durchführung gemacht hätte für die Kabel. Jetzt muss man sie halt nach vorne ziehen und durch diese Gummierung durchziehen. Dann sieht man sie halt. Wäre schlauer gewesen, vielleicht hier hinten noch so einen Schacht zu machen. Hier unten geht es leider auch nicht durch. Also unten im Boden. Da habe ich auch keinen Platz dafür. Ja, ist ein bisschen schade. Aber so ist es jetzt halt. Vier Stück von den Lüftern habe ich jetzt auch schon am Verteiler angeschlossen. Die anderen beiden haben keinen proprietären Stecker für diesen Verteiler. Keine Ahnung, warum man das so macht. Aber die muss ich dann noch mal einzeln ans Board anstecken. Und dann würde ich sagen, baue ich jetzt das Netzteil ein und das Mainboard. Das brauche ich ja jetzt nicht zu zeigen. Ist ja nichts besonderes. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das soweit montiert ist. Das Gröbste ist jetzt verkabelt. Ich habe hier oben auch schon diese Schiene rausgebaut für die Wasserkühlung. Ihr habt einfach unglaublich viel Platz. Man hat ja manchmal das Thema mit dem EPS-Stecker für CPU-Stromversorgung, dass man einfach nicht genug Platz hier oben hat. Hier oben ist ein Loch. Da könnt ihr potenziell durchgreifen, das Kabel durchlegen. Oder ihr baut einfach die Schiene aus, wenn da eh eine Wasserkühlung reinkommt. Und kommt dann so an das Kabel dran. Das Board sieht irgendwie ein bisschen verloren darin aus. Das hier ist der Einbaurahmen. Da kommt dann der Radiator quasi in das innenliegende Fach. Und von außen schraube ich dann die Lüfter drauf. Und dann setzen wir den ganzen Spaß einfach hier oben rein. Und dann schrauben wir das fest. Ihr habt dann hier oben einfach sechs von diesen Schrauben. Die schraubt ihr dann fest und dann ist die ganze Wasserkühlung auch schon drin. Jetzt seht ihr mal ungefähr, wie es aussieht, wenn das ganze Teil steht. Das könnt ihr natürlich auch im Stehen betreiben. Wir legen die ganze Nummer gleich hinten. Aber vorher zeige ich euch noch, wie das mit der Grafikkarte war, wenn ihr die quer einbauen wollt. Ihr könnt nämlich einfach diese vier Schrauben hier losmachen. Und dann könnt ihr diesen ganzen Block einmal drehen. Und dann braucht ihr nur noch ein Riserkabel. Und dann könnt ihr die Grafikkarte schon hochkant einbauen. Bringt natürlich vor allen Dingen was, wenn ihr jetzt irgendwie eine GameRock oder so als Grafikkarte habt. Weil die lebt halt von diesem Design. Ich mag es persönlich auch. Einige mögen es nicht. Aber da habt ihr dann wenigstens mehr von, wenn ihr die dann vertikal einbaut. Es ist so geil. Mir gefällt das so, wenn es liegt. Das ist mega cool. Oh, hört mal, wie laut die Lüfter sind. Hört man das? Ich glaube ja, ne? Ja, ich muss die noch einstellen. Ich habe die Lüfterkurve noch nicht eingestellt. Aber ich finde das mega geil, wenn das so liegt. Vor allen Dingen diese Nummer halt hier mit der Scheibe. Macht ihr einfach auf. Hier kommt dann alles dran. Es ist so witzig. Ich finde das mega cool. Ich habe das vorher noch nicht gesehen bei einem anderen Case. Und die Front könnt ihr natürlich auch aufklappen. Und dann kommt ihr direkt an alles dran. Ja, kann man machen. Heißt also, wenn es im Sommer mal wärmer werden sollte, einfach die Klappen aufmachen. Habt ihr da auch keine Probleme mehr. Was bleibt jetzt abschließend zu sagen? Also die Idee dahinter ist ganz witzig. Die Qualität. Ja, man kann in einigen Punkten auf jeden Fall nachbessern. Gerade was diese Kunststoff-Inlays angeht mit diesen Kunststoff-Nuppeln. Das macht man einfach nicht. Die sollten aus Metall sein. Mir fehlten hier und da noch ein paar Kabelschächte. Halt so Löcher wie eben bei den Lüftern, was ich eben angesprochen habe. Aber alles in allem ist es echt ein witziges Case. Ich habe jetzt auch keinen Airflow Test gemacht, weil ich habe die Lüfter so eingebaut, dass sie halt optisch gut zur Geltung kommen. Ihr solltet euch Lüfter besorgen, die beidseitig gut beleuchtet sind, damit es a schön aussieht und b der Airflow auch gegeben ist. Aber ich denke bei neun oder zehn Lüftern, die ihr hier einbauen könnt, reicht der Airflow dicke. Ihr kriegt unten die kalte Luft rein. Die kommt dann oben wieder raus oder hier zahlt von rechts nach links, wie ihr möchtet. Also das sollte echt kein Problem darstellen. Das ist aufgebaut wie ein Lian Li. Und die Lian Li Cases haben auch keine Temperaturprobleme. Den Preispunkt finde ich irgendwo schon gerechtfertigt. Zwischen 170 und 180 Euro. Das Case gibt es auch noch in komplett weiß, in komplett schwarz, in schwarz-rot. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung, könnt ihr euch ja mal anschauen. Aber ja, alles in allem. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da, was ich noch so ausbessern könnte und so. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann würde ich sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020